Dave-Elman-Induktion ist viel mehr als nur eine Einleitung. Hier die modifizierte Induktion für den Gebrauch in der Hypnosesitzung auf Distanz, da aufgrund von Corona kein Körperkontakt erlaubt ist oder die Hypnosesitzung online abgehalten wird. Das Hypnoseskript zu diesem Video kannst du auf meiner Seite erwerben. Sehe dazu den Link unter dem Video. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und meinen Kanal abonnierst. Möchtest du Hypnose lernen und den Prozess hinter der Dave-Elman-Induktion auch verstehen, dann kannst du das in der Hypnose-Therapie-Ausbildung lernen. Komme dazu einfach in meine Facebook-Gruppe Hypnose-Boostcamp oder suche eine Ausbildung auf meiner Homepage unter www.martinakueta.com. Mach es dir bequem und sorge dafür, dass du für die nächsten Minuten ungestört bist, also für die Dauer des Videos. Nach der Einleitung hole ich dich auch selbstverständlich wieder aus der Hypnose heraus. Wichtig, dieses Video, also dieses Audio, darfst du unter keinen Umständen hören während des Fahrens oder Bedienens von Fahrzeugen oder Maschinen. Nun, lass dich verzaubern von der Hypnose. Deine Martina, Agent Martina, im Dienste ihrer Majestät dem Unbewussten. Bist du bereit, hypnotisiert zu werden? Weißt du, jede Hypnose ist eine Selbsthypnose. Wenn du meinen einfachen Anweisungen folgst, kann dich keine Macht auf Erden davon abhalten, hypnotisiert zu werden. Du könntest meinen Worten widerstehen, wenn du wolltest. Aber das ist nicht der Grund, warum du mir zuhörst. Folge einfach meinen einfachen Anweisungen. Dann wirst du eine sehr angenehme, entspannende Erfahrung genießen. Lege deine Arme schlaff und entspannt auf deine Oberschenkel. Jetzt möchte ich, dass du nur mit deinen Augen nach oben zur Decke schaust, ohne den Kopf zu bewegen, so als würdest du aus dem Augenwinkel eine Eintagsfliege an der Decke beobachten. Während du jetzt die Augäpfel zur Decke gerichtet hast, werde ich dich in wenigen Augenblicken, nicht jetzt, in wenigen Augenblicken bitten, einen langen, tiefen Atemzug zu machen und diesen einige Sekunden lang anzuhalten. Ich werde dann von 1 bis 3 zählen. Dabei beginnst du langsam auszuatmen und den Kopf zu senken, während du deine Augen weiterhin nach oben gerichtet lässt. Bei 3 werde ich dich dazu bringen, deine Augen zu schließen. Atme jetzt tief ein und halte für einen Moment den Atem an. Ich beginne jetzt zu zählen. 1. Langsam senkt sich der Kopf. 2. Und dabei schließt sich die Augen immer mehr. 3. Lass die Ansparung in deinem Körper los. Jetzt entspannen einfach deinen Körper. So weit wie möglich. Lege jetzt dein Bewusstsein auf deine Augenmuskeln und lasse jeden Muskel und Nerv entspannen. In und um die Augen herum. Bis zu dem Punkt, wo du so sehr entspannt bist, dass die Augen jetzt einfach nicht funktionieren wollen. Wenn du dir wirklich sicher bist, dass sie so entspannt sind, dass sie einfach nicht funktionieren. So lange kannst du an dieser Entspannung festhalten. Ich möchte, dass du an dieser Entspannung festhältst und sie testest, um sicherzustellen, dass sie nicht funktionieren. In Ordnung. So ist es gut. Das reicht. Jetzt hör auf, es zu versuchen und entspanne dich. Einfach. Gehe jetzt tiefer mit jedem Atemzug. In Trance. Jeder Atemzug, den du ausatmest. Gehe tiefer. Und entspanne umso mehr. Nun, ich möchte, dass du die gleiche Qualität der Entspannung, die du in den Augenlidern hast, auch in deinem ganzen Körper hast. Lasse einfach diese Qualität der Entspannung durch den ganzen Körper fließen. Von der Oberseite deines Kopfes bis zu den Spitzen deiner Zehen. Jetzt können wir diese Entspannung noch viel weiter vertiefen. Gleich werde ich dich bitten, die Augen zu öffnen und zu schließen. Wenn du die Augen schließt, ist das dein Signal, das Gefühl der Entspannung, zehnmal tiefer werden zu lassen. Alles, was du tun musst, ist es zu wollen, dass es passiert. Und du kannst es ganz leicht, ganz leicht machen. Okay. Jetzt öffne deine Augen. Jetzt schließe deine Augen. Fürwende dazu deine wunderbare Fantasie. Und stell dir vor, dein ganzer Körper ist bedeckt und in einer warmen Decke der Entspannung eingewickelt. Entspannung. Jetzt können wir diese Entspannung noch viel weiter vertiefen. Gleich werde ich dich noch mal bitten, deine Augen zu öffnen und zu schließen. Und wieder verdoppelst du die Entspannung. Wenn du die Augen schließt, verdoppelt sich die Entspannung, die du jetzt bereits hast. Lass es doppelt so tief werden. Okay. Jetzt noch einmal. Öffne deine Augen. Jetzt schließe deine Augen und verdopple deine Entspannung. Gut. Lass jeden Muskel in deinem Körper so entspannt werden. Und du kannst die Qualität der Entspannung so lange festhalten, so dass jeder Muskel des Körpers einfach nicht funktioniert. bewegungslos ist. Bewegungslos ist. Schwer ist. Träge ist. In einem Moment werde ich dich noch einmal bitten, die Augen zu öffnen und zu schließen. Und noch mal. Wenn du die Augen schließt, verdoppelst du die Entspannung, die du jetzt bereits hast. Lass es doppelt so tief werden. Okay. Jetzt noch einmal. Öffne deine Augen. Schließe deine Augen. und verdopple deine Entspannung. Sehr gut. Lass jeden Muskel in deinem Körper so entspannt werden, dass solange du die Qualität der Entspannung aufrecht erhältst, wird sich nicht jeder Muskel des Körpers bewegen. Gleich werde ich mit dem Finger schnitten. Und lausche den Geräusch. Wenn du meinen Anweisungen folgst, entspannst du doppelt so tief. Der ganze Körper wird locker und schlaff, wie ein feuchtes Handtuch. und lass dich einfach hineinfallen in diese Entspannung. Wenn ich mit meinem Finger schnippe, möchte ich, dass du eine Welle der Entspannung vom Scheitel bis zu den Zehenspitzen fließen lässt. Ich werde jetzt mit dem Finger schnippen, lass es einfach geschehen und lass dich fallen. Jetzt entspannt, tiefer, das ist gut. Jetzt machen wir das noch einmal mit dem Fingerschnippen. Wenn ich schnippe, lass es einfach zu. Lass alles hängen frei, locker und schlaff, wie ein feuchtes Geschirrtuch und lass alles los, während ich mit dem Finger schnippe. Wenn du es hörst, sende eine Welle, eine weitere Welle der Entspannung, von dem Kopf bis zu den Zehenspitzen und verdopple die Entspannung, die du bereits hast. Und ich werde jetzt mit dem Finger schnippen. Lass es einfach zu und lass dich fallen, während ich schnippe. Jetzt tiefer entspannt. Das ist völlige körperliche Entspannung. Ich möchte, dass du weißt, dass es zwei Möglichkeiten der totalen Entspannung gibt. Du kannst dich körperlich und geistig entspannen. Du hast bereits bewiesen, dass man sich körperlich entspannen kann. Lass mich dir jetzt zeigen, wie du dich geistig entspannst. In einem Moment werde ich dich bitten, langsam rückwärts zu zählen. Von 100 laut rückwärts zu zählen, während ich dich begleite. 100 tiefer entspannt. 99 tiefer entspannt. 98 tiefer entspannt. Und hier ist das Geheimnis der mentalen Entspannung. Mit jeder Zahl, die du sagst, verdoppelt sich deine mentalen Entspannung. Lass deinen Geist mit jeder Zahl, die du sagst, doppelt so tief entspannt werden. Wenn du dies tust, wirst du so entspannt sein, dass wenn du die Zahl 96 erreichst, oder vielleicht sogar früher, dein Geist so sehr entspannt sein wird, dass sich alle restlichen Zahlen, die dein entkommen direkt aus deinem Kopf verschwinden, sich auflösen, sogleich gültig, dass keine Zahl mehr da ist. Also gut, fang jetzt an zu zählen. 100 tiefer entspannt. Diese Zahlen werden verschwinden. Wenn sie verschwinden wollen. 99 tiefer entspannt. Entspannung erlauben. Genießen. Genießen. Und driften. Nichts tun müssen. Nichts tun müssen. Einfach sein. Genießen. Driften. Genießen. Schweben, eins sein, wunderbar. Und ich zähle jetzt von eins bis drei und bei drei öffnest du deine Augen mit einem für dich wunderbaren Gefühl, das Gefühl der tiefen Entspannung, das Gefühl, dass du die Trance-Fähigkeit beherrschst. Eins, atme tief ein und aus, wunderbar, zwei, dein Puls und dein Kreislauf kommen auch für dich gesunde Werte und nimm wahr, wie die Außengeräusche bewusster werden, bewege deine Hände und Füße und drei, Augen auf und welcome back to the world. Hat dir das Video und die Hypnose-Einleitung nach Dave Elman gefallen? Dann abonniere doch meinen Kanal und gib mir einen Daumen nach oben, als Anerkennung von dir. Du kannst das Skript für die modifizierte Dave-Elman-Induktion in meinem Shop erwerben. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Teile das Video und hinterlasse einen Kommentar auf YouTube. Deine Martina, Agent Martina, im Dienste ihrer Majestät dem Unbewussten. Deine Martina, im Dienste unserer Majestät dem Unbewussten. Dienste ihrer Majestät dem Unbewussten. Dienste du Unbewussten. Deine Martina, in den Ausgleichen. Ich bin über die Zinsen. Deine Martina, in den Ausgleichen. GePS- und untertitelt. Die Zinsen. Deine Martina, in den Ausgleichen. Die Zinsen.